Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson. Mein Name ist Carlos Kalanta. Und willkommen zu Chips und Kaviar. Einer neuen Folge, einer neuen Folge. Kleiner Versprecher, wir haben das jetzt zwei Wochen nicht gemacht. Wir sind back aus der... Alles ist neu gerade, sogar das Wort neu. Alles ist neu. Wir sind back aus der Verletzungsphase. Es klingt geiler, wenn man sagt verletzt als krank. Einfach, wir sind auskuriert, du bist auskuriert. Genau, ich war erkältet und dann hatte ich so ein Problem mit der Stimme. Es ist jetzt besser, vielleicht hört man es immer noch etwas, aber I'm back. Ich dachte, ich bin jetzt auch einfach ein neuer Mensch, der das so ankündigt. Du bist der Terminator, Alter. Arnold Schwarzenegger. Es ist gerade eine Doku raus. Hast du die zufällig gesehen? Ich dachte gerade, vielleicht hast du es gesehen. Nee, wie heißt die? Die heißt einfach nur Arnold auf Netflix. Macht richtig Spaß. Es ist komisch, wenn die einfach so, wenn die einfach den zweiten Namen, wenn die einfach den zweiten Teil seines Nachnamens genommen hätten. Ja, es wäre ein bisschen unpassend. Das ist immer der problematische Teil des Namens gewesen, weil man manchmal immer noch nicht weiß, also wie spricht man, spricht man das erste Wort zu Ende? Schwarzen? Und dann setzt man neu an? Oder wird man gecancelt? Oder wird man gecancelt? Nee, also ich sage das Wort nicht. Das ist entweder, verletzt man seine Gefühle oder die von sehr vielen Menschen. Deswegen bin ich lieber mit ihm per Du als... Ja, ich glaube, das hat sich Netflix auch gedacht. Deswegen haben sie das einfach nur Arnold gedacht. Also es ist wirklich, die haben es perfekt gelöst. Einfach nur so, ey, es ist einfach nur Arnold. Lass uns mal den zweiten Teil vergessen. Wir sind hier alle per Du durch die Doku. Aber es ist cool. Ich gucke das gerade, ich bin mittendrin. Wer spielt demnächst Tutankhamun wegen dem Nachnamen? Achso, was war nochmal die Story? Das war ja doch irgendwie in Ägypten. Nee, nicht in Ägypten. Schwarze Kleopatra war das. Schwarze Kleopatra, okay. So ist es nicht. Es ist aber wirklich so ein bisschen aus einer anderen Zeit. Und es ist wirklich so, man kriegt so Einblicke in dieses richtige Amerika. Also das Amerika, was jetzt so quasi so Trump-Leute und so vermissen. Das ist so wirklich so, seine Hochzeit war ja genau diese 80er. Dieses richtige so, wo Wrestling groß war, wo so große Muskelmänner, das waren so die coolsten. So einfach Rambo, Terminator, diese Zeit. Und ja, es ist cool zu gucken. Aber wie gesagt, wir sind zurück. Boah, Alter, weißt du, wie mich das ablenkt? Hier klingelt gerade. Ohne Scheiß, es ist ja wirklich so. Ich bin wirklich die Paketannahmestelle für diesen ganzen Blog. Und es klingelt gerade entweder Kalanta bei mir oder ein anderer Dude. Naja, egal. Okay. Einfach. Ich muss jetzt sagen, dass du jetzt nicht arbeiten kannst, weil du schon arbeitest, ey. Wirklich, Alter. Das ist gerade mein Side-Hustle. Ich müsste auf dem Podcast mal so ein Paket noch annehmen, Alter. Damit die Leute wissen, was hier eigentlich läuft, wie viel ich für die Leute. Ich habe einmal, das war mir gar nicht bewusst, weil ich das wirklich seit Jahren einfach so mache. Also ich habe das so komplett akzeptiert als so meine Realität. So, ja klar, kommen Pakete bei mir an. Ich nehme die an. So, ich sage da nicht nein. Und irgendwann habe ich so mitbekommen von einem Nachbarn, dass die so echt so ein bisschen dankbar sind. Also, dass die das so wertschätzen. Und dann ist mir selber aufgefallen so, ah ja, stimmt, ist ja schon auch ganz cool, dass ich das mache. Vielleicht ist es auch ein bisschen Geld wert, wer weiß. Also, wir können es ja mal testen, wie dankbar die sind. Ja, passives Einkommen, bei dem ich aber da sein muss und doch noch ein bisschen aktiv bin. Wir hätten uns ja mal fast vor so, ich glaube, das war ungefähr vor fünf Jahren, hätten wir uns ja fast mal so reingequatscht, tagsüber beziehungsweise morgens in so einer DHL-Packstation zu arbeiten. Weißt du es noch oder war das UPS? Hä? Aber das war doch ich, nicht? Oder wolltest du das auch machen? Nee, ich hatte es kurz, nee, ich hatte es auch kurz überlegt. Echt? Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit es dann gegangen ist. Also, du warst einmal da oder warst du gar nicht da? Nee, ich war dort zum Vorstellungsgespräch. Ah ja. Ich habe da, ey, das ist so ein viel zu großes Wort für das, was es war. Ich war so, ich war wirklich da und dachte mir so, ey, das war so dumm. Ich dachte mir echt so, ja, ich muss jetzt auch ein Vorstellungsgespräch überzeugen für diesen Job. Das war wirklich sechs Uhr morgens, fünfmal die Woche, sechs Uhr morgens für zwei Stunden arbeiten. Das ist so ein Job, den Leute annehmen, die wirklich gar keine Option mehr haben. Du bist auch mit deiner Weste reingegangen, weil das war so Dress for the job you want to have. Ja, genau. Ich bin da so total, ich sah aus wie Doug Heffernan einfach, hatte die komplette, äh, komplette Uniform an. My back is getting tight. Ähm, und der Typ, ich weiß noch, wie er mit mir gesprochen hat, weil ich habe es einfach nicht, ich habe irgendwie nicht verstanden, der hat die ganze Zeit mit mir geredet, wirklich als wäre ich ein Idiot. Also der hat so, als wäre ich ein Kind. So, und ich habe dann so normal geantwortet und war so, ja, ja, und dann sechs Uhr morgens, so, alles klar. Und ich habe so ganz normal geantwortet und er war einfach in dem Modus gefangen, dass alle Leute, die diesen Job machen wollen, einfach so ein bisschen hängengeblieben sein müssen. Also, ja. Ja, und dann können sie ja hier anpacken und ich weiß noch, wie er so gesagt hat, und das ist auch eine tolle Möglichkeit, Geld zu verdienen oder so ein bisschen was zu verdienen. Irgendwie so, als würde ich so, als wäre ich so ein Kind, das dann so einen kleinen, so einen Limonadenstand aufmachen möchte. So, ja, da kannst du dir auch mal so. Ja, so ein bisschen wie so Zeitungsaustragen. Ja, also da kannst du dir auch mal so ein paar Euros verdienen. Und ich so, ja, klar, also bin Student, so war ich noch offiziell. Ich glaube, da hatte ich so gerade mit Stand-up angefangen, aber war noch eingeschrieben. Und ich hatte ja diese ganze Fantasie drum herum gebaut, dass es so voll geil ist. Ich stehe morgens auf, schon mal was geschafft, schon mal in Fahrt gekommen. Es war auch nicht weit von mir hier im Industriegebiet. Ja, das ist wie so eine richtig dankbarere Morgenroutine, die einem sogar noch passives Einkommen bringt. Ja, es ist ein Workout, ein paar Kisten hin und her, es sind Deadlifts. Muss man alles so oft umlügen, bis das irgendwie Sinn macht. Genau, startet schon mal produktiv in den Tag. Du bist am Arbeiten, kommst nach Hause, hast eine kleine Pause, bist noch mal kreativ, pennst noch mal eine Runde, gehst du nachher auftreten. Nee, du kommst von der Arbeit zurück, bist so aufgewärmt, kannst direkt Yoga machen, die Kelenke sind schon mal ein bisschen warm, kannst danach meditieren, nachdem du diese Kartons... Stell dir vor, du machst diesen Job und danach hast du eine komplette Influencer-Morgenroutine noch mal hinten dran. So, machst Journaling, sagst es eben auch so vorstellungsrichtig. Ja, ich könnte danach noch journalen und so, das ist schon cool, ich kann mir was dazu verdienen. Du fragst ihn so beim Bewerbungsgespräch, hast du schon gejournalt? Ja, das ist deine Morgenroutine, außer jetzt hier zu sein. Naja, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber der Wecker klingelt zum ersten Arbeitstag, ja. Wir hatten uns verabredet zum Probearbeiten. Der Wecker klingelt und ich war so, no, no, also auf gar keinen Fall, ich kann das gar nicht. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Das war so... Ich hab schon eine Morgenroutine und das ist nicht aufzustehen. Ich hab auch nicht gesnooest, ich hab auch nicht gesnooest. Ich hab diesen Wecker gesehen, ich war gar nicht so, ah nee, jetzt grad nicht, erstmal snoozen. So, ich war sofort so, stopp. Hab mich noch kurz aufgerafft, um ihm dann zu schreiben. Und ich hatte so eine dumme Nachricht. Es war wirklich so, wirklich so Entschuldigung, aber ich bin krank. Also nee, es ist einfach so, ich kann nicht. Es hat, mir ist was dazwischengekommen, ich möchte doch nicht. Ich kann nicht, nicht nur nicht heute, sondern einfach, ich kann generell nicht. Ich kann einfach nicht. Das ist meine falsche Entscheidung. Ich glaub, mir ist irgendwie mein Anspruch in die Quere gekommen, das ist mir dazwischengekommen. So, ich werd das nicht machen, also. Also, ähm, ja, kam auch keine, kam keine Antwort zurück. Das weiß ich auch noch. Ähm, naja, ich weiß nicht, ob du, ähm, hast du jetzt die Tage, hast du das Champions-League-Finale geschaut? Oh, nee, voll verpasst. Ich hab am Ende die Feier kurz noch gesehen. Achso, ich hab's geschaut als alter Fußballfan, beziehungsweise, also bei den wichtigen Spielen bin ich immer noch dabei. Ich bin nicht so ein Erfolgsfan, sondern ich bin einfach so ein Fan von, wenn's um etwas geht. Nee, du bist kein Erfolgsfan, du bist ein Fan von Erfolg. Einfach, wenn es Erfolge gibt. Irgendjemand wird hier heute einen Erfolg haben. Nee, aber wenn es um viel geht, dann ist es immer spannend, das zu schauen. Also, ich meine, keine Ahnung. Ich war einfach für ein gutes Spiel, es hat Spaß gemacht. Es ist ja automatisch spannend, wenn's um etwas geht. Deswegen ist es, also, verstehst du, deswegen, ich glaub, deswegen schauen die Leute auch so Männerfußball, weil da geht's um was. Also, das ist halt, es geht gar nicht, es ist so nicht athletischer oder so, sondern es hat viel mehr Geschichte und da bedeutet ein Titel was. Verstehst du? Naja. Naja, ich glaube, ich glaube ja tatsächlich, ich hab ja, ähm, äh, es gibt, ah, es gibt dieses geile Buch, ich hab den Namen, den Titel vergessen, aber ich hab's tatsächlich gelesen, äh, meine erste. Der Alchemist von Paulo Coelho. Ja, genau, genau, ähm, äh, irgendwie der moderne Fußball, das ist gerade neu rausgekommen und irgendwie, ah, vergessen, aber auf jeden Fall, äh, und eine große Kritik ist ja gerade, dass es alles so unspannend geworden ist, dass die Spiele berechenbar sind und ich glaub so, das ist das Geile an so Champions-League-Finale, so, da weißt du wirklich nicht, wie es ausgeht, anders jetzt so bei der Bundesliga, da ist es so, ja, okay. Nee, also, das ist ja nochmal ein eigenes Thema, gerade dieses Jahr, ähm, aber ich glaub schon, dass dieser Effekt, dass man nicht weiß, wie es ausgeht, das ist, ja, offensichtlich so, dass, das... Ja, aber du siehst so Topspieler aus verschiedenen Ländern und all das und es geht um wirklich viel und dieser Arm kann deren Leben verändern und so und all das. Meinst du? Ja, natürlich, ne? Ja, schon. Du kannst dann für den Rest deines Lebens behaupten, dass du die Champions League gewonnen hast, das können ja sogar sehr viele legendäre Fußballer nicht, also zum Beispiel Zlatan, der seine Karriere beendet hat, hat anscheinend nie die Champions League gewonnen, zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Und er ist einer of the greats, also das hast du denen dann schon mal, äh, ja, voraus. Und es war irgendwie, ja, gar nicht so spannendes Spiel, fand ich zumindest in der ersten Hälfte und dann in der zweiten Hälfte wurde das alles spannender, aber ich fand's irgendwie interessant, weil ich hab das Spiel angemacht und das hat eine Frau kommentiert, okay? Claudia Neumann. Und für sie war das ein Auswärtsspiel. Sie war auswärts in einem anderen Geschlecht. Naja, genau, weil ich war auch dann auf Twitter so unterwegs, während ich das Spiel auch so kurz geschaut hab und alter, wurde sie getrasht. Sie wurde wirklich fertig gemacht. Also und da gab's so Leute, die, ähm, tatsächlich so an ihr Kritik geübt haben, die nachvollziehbar war und die hab ich dann erst später verstanden, weil gegen Ende, also es war wirklich dann sozusagen die letzte, letzte Minute, ähm, der Trainer von Inter ist, äh, Insagi und der von, äh, Man City ist, äh, Pep Guardiola, okay? Und, äh, Man City hat das Spiel ja 1-0 gewonnen und es stand da ja schon 1-0 und, äh, das war eine sehr spannende, äh, Szene noch, äh, im Strafraum von Man City und Inter hätte noch ein Tor schießen können, fast, so in der letzten Minute. Und dann hatte sie so am Ende gesagt, so, ja, und jetzt möchte er auch noch in Sagi, jetzt möchte er in Sagi, dass das Spiel abgefiffen wird. Und ich dachte so, wait a minute, so, was ist denn das für eine, was ist das jetzt so, ist das so ein Ehrending? Also genau, möchte er, dass die jetzt so in Ehre verlieren oder was ist das? Weil ich hab's so irgendwie nicht verstehen können, was sie, warum er jetzt möchte, dass das Spiel, äh, also, ja, äh, abgefiffen wird. Der Trainer von der Mannschaft, die hinten liegt, ja. Genau. Und, ja, sie hat sich einfach so im Namen geirrt. Das kann ja mal passieren, aber es gibt jetzt so Leute und deswegen, also, für sie ist der Job so doppelt und dreimal so schwer wie für Männer, glaub ich, weil bei ihr wird ganz genau geschaut. Ja, ja, voll. In welchen Namen sie wo falsch gesagt hat und so. Und, äh, ja, es gibt so eine ganze Compilation irgendwie von ihr und all das. Und, ähm, das war so Kritik, die irgendwie ein bisschen nachvollziehbar war. Ja, aber dann fand ich's irgendwie interessant, weil, naja, die meisten, die das schauen, sind einfach an diesem Punkt Männer. Das ist einfach so, ja. Das wird sich jetzt auch über die nächsten Jahre nicht ändern. Ja. Und diese Männer, die wollen, warum schauen die Fußball? Die wollen so der Realität entfliehen. Und wie die... Die wollen einfach kurz zum Männerurlaub. Männerurlaub. Die wollen kurz Männerurlaub, die wollen einfach keine Frau hören. Also, weder, also, weder in ihrem Zimmer noch aus dem Fernseher heraus. Die wollen einfach unter Männern sein. So, das ist das Ding. Und dann fühlen sie sich einfach automatisch getriggert, wenn die dann, also, die vermuten dahinter eine politische Agenda, weil, obviously, sie ist nicht die Beste dafür. Also, es ist einfach, äh, es ist so Stats-mäßig wahrscheinlich so, keine Ahnung, ich bin da nicht so tief in diesem Game drin, aber komm schon, du kannst nicht in der 90. Minute dann sagen, sie sagen, ihr möchtet das Spiel, das abgepfiffen wird. Also, weißt du? Ja, wahrscheinlich nicht der größte Fehler, der je passiert ist, so in der Fußball-Kommentatorengeschichte, aber es ist halt so ein Fehler und dann... Aber weiß nicht, ja, heute ist so eine Kombination von dir gesehen. Die ist so gerade geduldet, die ist so gerade geduldet, so ein Fehler und... Ich habe so eine Kombination von dir gesehen und das war bei der WM und das war irgendwie so ein Spiel, also, es war da so, äh, Tor, so, und es stand dann 5 zu 3 und sie sagst so, Tor, jetzt steht es 4 zu 2. Ja, er ist so einfach witzig, keine Ahnung. Es geht einfach alles zurück. Ja. Solche Fehler sind witzig, ja. Weißt du, man möchte sich einfach entspannen und, äh, ja, und so tun, als gäbe es keine Frauen. Ja, das Witzige ist... Du bist so schwer daran. Genau. Und das Witzige ist, ähm, dass, ähm, die Männer, die sich dann darüber beschweren, dass es halt ideologisch war, die sagen, ja, jetzt kommt ihr hier mit eurem Feminismus und allem mit eurer Ideologie und mit dem ganzen Walk-Shit. Die geben sofort den Grünen die Schuld. Die kommen, die kommen, die sind sofort sauer auf die Grünen. Ich glaube, das ist immer so ein Schritt weiter und dann so diese Scheißgrünen. Genau. Und das Witzige ist, weil die sagen dann sowas wie, ja, jetzt wollt ihr hier diese LGBTQ-Plus-Agenda hier durchsitzen, nicht mit mir. Ich möchte einem Mann zuhören, was dann wiederum voll schwul ist. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 es ist ja voll die... Die machen dann krassen Gender-Gaga auf eine Art. Genau, genau. Ich brauch unbedingt einen Mann. Genau, ich muss auf jeden Fall einen Mann zuhören. Ich will einen Mann zuhören, der, ähm, diesen Männersport hier kommentiert. Also eigentlich sind diese Männer, die gerade so gegen Claudia Neumann sind, total woke. Mhm. Weil die wollen einfach nur schwul sein. Mhm, ja. Ja, Fußball hat allgemein so ein bisschen was Schwules. Also so, ich glaube, das ist so eine Art Ventil, damit so Männer einfach diese Seite an sich ausleben können. Weil du darfst da weinen, du darfst Männer umarmen. Du darfst denen auf den Arsch klatschen. Du darfst denen auf, ganz wichtig, du darfst denen auf den Arsch klatschen. So, hä, was? War doch ein guter, war doch ein gutes Spiel. Warum, warum darf ich dich jetzt nicht, warum darf ich dich nicht an der Pussy grabben? Ganz normal. Echt gutes Spiel gewesen. Bro, ich hab dich nicht angepasst, du hast einfach gerade ein Tor geschossen. Ja, das ist ein Kompliment, Mann. Und du kannst das ja voll ausleben, du kannst dich wirklich freuen und weinen mit den Leuten und, und, äh, ja. Aber wie, aber sie hat ja sozusagen, war das, war das so das erste Mal? Das muss nicht das erste Mal, ich glaube, wenn du eine Frau bist und anfängst Fußball zu kommentieren, also das sind ja auch nur bestimmte Frauen, die da überhaupt reingehen. Also du musst dann so voll widerstandsfähig, charakterstark sein, du musst dann fast verrückt sein. Ich glaube, es ist schwieriger, eine weibliche Kommentatorin zu sein, als eine weibliche Fußballspielerin. Also als eine weibliche, also Fußballerin. Also, ja, ja, klar. Weil da spielst du einfach die ganze Zeit unter Frauen und das sind ja auch Frauen, die es wollen, aber es gibt voll wenige weibliche Kommentatoren. Und, und diese Männer, also die denken sich dann ja auch, also zumindest beim ersten Treffen, die denken sich alle so, was weiß die denn schon von Fußball? Ja, auf jeden Fall. Weil alle so in Schubladen denken, also alle denken einfach, ähm, die Referenz ist das eigene Leben. Und man denkt sich so, hä, ich hab auf dem Schoß meines Vaters so Fußball geschaut. Also ich bin, seitdem ich sechs, seitdem ich denken kann, seitdem ich sehen kann. Bin ich Experte. Bin ich Experte, ich kenne das, ja. Ich hab das mit der Muttermilch aufgesogen. Naja, auch so bei, ja, auch so bei Frauenfußball, ich glaub, hat jeder Mann irgendwo im Hinterkopf so, die, also auch wenn man das sieht, so, ey, die können ja gar nicht so gut sein. Weil, ich weiß ja noch, wie es in der vierten Klasse war, wie die Mädchen Fußball gespielt haben. Die waren halt so richtig grottenschlecht. So, ich kann ja wohl besser, ich glaub, jeder Mann hat so irgendwo im Hinterkopf so, ja, ich kann ja wohl besser Fußball spielen als diese Nationalspielerin. Also ich bin ja, bin ja schon so ein Mann. Ja, so, ich glaube, so, ich kick ja auch, also ich, wir, wir mieten uns im Winter ja auch manchmal so eine Soccer-World. Also das haben wir ja letztes Jahr zwei, dreimal gemacht. So, ich glaub, ich, also ich glaub, wenn ich so ein bisschen an meiner Condi arbeite, dann könnte ich in die Nationalmannschaft der Frauen, also nicht Stammspieler, aber safe auf die Bank. Ich glaub, das muss es geben. Aber was denkst du, ist schwieriger? Okay, jetzt wird's richtig, jetzt wird's kontrovers, jetzt wird's schwierig. Als Frau Kommentatorin sein oder offenschwuler Fußballspieler? Weil ich glaube, offenschwul ist ja anscheinend immer noch schwierig. Also ich beantworte es sofort selber. Ja, das ist wirklich traurig, dass das immer so schwierig ist. Also ich denk mir, I don't get it, also, ja, was kümmert dich das, was ich in der Freizeit mache? Also ich spiel hier einfach guten Fußball. Nein, ernsthaft, aber was, ich, also das ist echt ein faszinierendes Phänomen, also wirklich. Ja, ich glaub, es ist einfach der Gesellschaftsbereich, der so am längsten braucht. Aber irgendwann wird's da auch sozusagen, irgendwann, also wird das auch durchbrochen. Ich glaub, das ist einfach so die letzte Männerfestung. Der erste Schulfußballer muss einfach der Beste der Liga sein, sodass er alle die Fresse halten. Also dass alle homophoben Trottel so richtig dankbar sind, dass der jetzt hier bei mir spielt. Weißt du, also die können einfach nicht anders. Das ist genauso wie mit zum Beispiel Ribéry, der ist Moslem. Und es gab sicherlich richtig viele Rechte, so bei Bayern in einem Stadion. Aber dann dachten die sich, ja, dieser Moslem kann aber richtig gut kicken. Ich halte meine Fresse, weiß ich nicht mehr. Ja, Schwarze haben ja richtig viel abbekommen. Asamoah und so. Ja, immer noch. Die haben ja so richtig, immer noch. In Spanien ist das richtig schlimm, ey. Ja, aber stell dir vor, du bist so, du bist so, du bist einfach Asamoah in den 90ern in Deutschland, Mann. Also Leute vergessen ja, das ist ja so mein, das ist ja so, also die Leute vergessen die 90er teilweise, was da abging. Also es muss immer diese Typen geben, die so Schallmauern durchbrechen. Und die müssen aber, um das zu können, um auch selber die Stärke zu haben, das ist echt so, das glaube ich echt, du musst wirklich gut sein. Du kannst nicht einfach so bei, keine Ahnung, irgendwie unter Haching oder so auf der Auswechselbank schwul sein. So, ja, okay, Mann. Ich glaube, das ist mega schwer, das ist fast unmöglich. Du musst schon irgendwie in der Topmannschaft so ein, du musst so Toni Kroos sein. So Toni Kroos kann jetzt schwul sein und ich glaube, das würde gerade so klappen. Das ist ja so damit, dass sie da, okay, ja ey, der ist zu gut. Also wir können jetzt nicht einfach homophob, das ist zu teuer. Das ist viel, also das ist zu teuer, jetzt homophob zu sein. Ja, weißt du, wie das letzte Spiel von den Frauen, also am letzten Spieltag der Frauenliga, der Bundesliga, ausging? Ne, wer weiß das schon? Nein. Wieso? Weißt du es? 11 zu 1. Nein. Ja, für Bayern. Echt? Ja, krass. Dominieren die Bayern-Frauen nochmal krasser als die Bayern-Männer? Ich weiß nicht, aber 11 zu 1. 11 zu 1. Das ist doch Fußball oder spielt ihr Basketball, Alter, ich weiß nicht. Nein, das sind so E-Jugend-Ergebnisse. In der E-Jugend gibt es solche Ergebnisse. Aber 11 zu 1. Ich finde, wenn man 11 zu 1 gewinnt, sieht keiner gut aus und nicht mal der Gewinner. Ja. Das ist einfach so, die Liga ist scheiße. Ja, ja. Ja, das ist echt so dieses, weißt du noch, WM 2002, ich kann mich da voll dran erinnern, WM 2002, erstes Gruppenspiel von Deutschland gegen Saudi-Arabien. Da haben die irgendwie so 8 zu 0 gewonnen. Da hat so Klose drei Tore geschossen. Das war dann so, ja, das ist nichts wert. Die hat gegen 11 zu 1. Ja, okay. Aber denkst du, das ist jetzt ein paar Wochen her, dass Bayern hier die Meisterschaft doch noch gewonnen hat. Das ist voll unglücklich gelaufen. Ich fand es super spannend, ey. Ich habe mir das Spiel live angeschaut, war nicht im Stadion oder so, aber ich habe das vorm Fernseher verfolgt. Und alter, ich war übertrieben für Dortmund. Ja, ich glaube alle. Ich glaube, eigentlich wirklich. Ich konnte es nicht fassen, dass die das dann noch am Ende so versemmelt haben und dann auch noch dieses. So aus der Hand gegeben. Ja, und dann noch so fast in der letzten Minute da, also in den letzten paar Minuten schießen die Bayern dann. Also, das war crazy. Ich fand es voll traurig. Also, das war wirklich, ja, ich war geschockt. Ja, man sieht dann so. Das ist irgendwie auch einer der einzigen Momente, wo man so voll viele deutsche Wein sieht. So bei solchen Ereignissen, in den Nachrichten. Weißt du, man sieht eigentlich nie, man sieht eigentlich nie deutsche Wein. So, manchmal zeigen die so Aufnahmen aus so Flüchtlingslager in Syrien oder so. Und dann ist es so, da weinen Leute. Und dann gibt es so diese Aufnahmen, so da weinen. Also, weißt du, ich glaube, deutsche. Okay, ich habe es verstanden, ja. Ich glaube, ich habe es verstanden, was du versuchst zu erklären. Nein, nein, aber allgemein, dass so doll Gefühle gezeigt werden. Ich habe das Gefühl, ich glaube, das Temperament ist auch ein anderes. Unabhängig vom Maß des Leids ist auch das Temperament das andere. Das ist wirklich für alle so ein Ventil. Also, hier dürfen wir weinen. Und ich fand es voll krass. Weißt du, was ich am schlimmsten fand? Ich fand am schlimmsten nicht nur, dass sie jetzt zum, ich glaube, jetzt elften Mal in Folge die Meisterschaft gewonnen haben. Die Liga ist total uninteressant. Ich habe es ja als Kind voll geschaut. Ich habe es aus anderen Gründen irgendwann nicht mehr geschaut. Aber jetzt auch so theoretisch, ja. Mir macht es ja auch immer wieder Spaß, Fußball zu gucken. Ich mache es nur einfach nicht. Aber jetzt so einzusteigen, so, ja, ich gucke jetzt wieder ein bisschen Bundesliga. Total uninteressant. Also, das ist so voll die, weil es ist ja voll die, voll die langweilige Scheiße irgendwie. Ja, also wir sind jetzt beide gerade raus aus diesem Game. Aber was irgendwie sozusagen in der Liga passiert, ist ja wirklich spannend, weil ich habe es nur so, ich habe es wirklich nur am letzten Spieltag mitbekommen. Aber diese wahnsinnige Erfolgsgeschichte vom FC Union, es ist unglaublich. Hertha steigt ab und dieser kleine Verein hier spielt Champions League in so einem kleinen Stadion. Hast du das mal gesehen? Ja, ich habe es auch nur so. So eine crazy Geschichte. Also, darüber wird es safe irgendwann demnächst eine Doku geben. Also, das ist verrückt. Ich habe dazu auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass ich verrückt würde. Echt? Ja, ich finde es krass. Ja, sowas ist dann irgendwie voll cool und das macht es irgendwie interessant. Ich weiß gar nicht, ob das einfach so wirklich so eine crazy Geschichte ist. Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, da ist jetzt nicht so eine Investorengeschichte dahinter, dass die auch so einfach krasse Spieler innerhalb von ein, zwei Jahren eingekauft haben. Und dann irgendwie so wie bei Leipzig oder so, dass die dann einfach so gebaut wurden. Aber bei Bayern fand ich das einfach irgendwie so traurig, weil es ist so, als hätte die Liga auch so, das war dann, als sie gewonnen haben, als es dann durch war, so quasi als hätten die durch das Geld und durch das Ganze, durch die ganze Maschine, was daraus geworden ist, dieser sportliche Wettkampf, den es nicht mehr so gibt, ja, weil Leute mit verschiedenen Budgets da rangehen. Also es ist ja so, wie bei so Computerspielen, wo man sagt, er ist voll kacke, ist so pay to win. Du kannst einfach so, du kannst einfach so Items kaufen und dann bist du einfach besser und es kommt gar nicht so sehr auf Skill an. Also so ein bisschen, also so ist ja quasi auf eine Art so professioneller Fußball geworden oder die Liga. Und Bayern hat es geschafft, dieses System hat es geschafft, im Endeffekt netto Spaß und Freude rauszuziehen. Weil ich habe noch nie gesehen, dass jemand die Meisterschaft gewinnt und es gab so wenig Freude. Also es war so wirklich so, das war einfach ein Problem. Also die waren, da gab es gar nichts. Also so diese Freude, also hätten die das einfach nicht bekommen, gäbe es an einem anderen Ort einfach eine krasse Freude und die wäre so da. Aber das war einfach so, gar nicht, gar nicht der Kuchen wurde anders verteilt, sondern der Freudekuchen ist kleiner geworden. Also die schätzen das gar nicht wert. Ja, und dann feiern die auch noch Kahn. Ja, das war einfach so eine absolute traurige Drecksparty, die die, glaube ich, da geschmissen haben. So, ja, hier kommt, Alter. Also wirklich so, ja, ihr seid dieses Jahr wirklich nur Meister geworden. Also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Was ist das denn für ein Dreck? Also ja, hier, komm, also eine Meisterschale. Also wie wenn sich so ein Milliardär dann irgendwie noch einen Sportwagen kauft. Dann so, ja, dann verschenk den, Alter, dann hätte den jemand anders haben können. Oh mein Gott. Ja, es ist wirklich, sie haben wirklich so eine Freude rausgezogen. Also es gibt ja natürlich so einen Ehrenkodex unter Sportlern, dass man es dann durchzieht und nicht einfach diese Mannschaft gewinnen lässt. Aber ich als Mainzer, also keine Ahnung, Mann, mir würde mein Herz wirklich bluten, weil für die ging es ja um nichts, weißt du? Für die war es ja das letzte Spiel. Und dann kosten die die Meisterschaft. Also ich meine, kein Dortmunder war sauer auf die Mainzer oder so. Aber so ein bisschen. Aber man denkt sich so, ja komm schon, lass dir noch laufen. Lass dir noch laufen. Was kämpfst du denn so? Was kämpfst du denn so? Perfekte Überleitung fast. Ich dachte jetzt für dich, für gerade Thema Mainz. Ach so. Aber, ja. Ja, genau, stimmt. Mainz, und zwar heute kommt die Folge raus, also am dem 13.06. Das ist der Dienstag. Und heute spiele ich meine Show, die jetzt nach hinten verschoben wurde, in Mainz. Dafür gibt es jetzt noch Tickets, weil die ist jetzt im größeren Raum. Und ein paar von euch konnten nicht mehr. Deswegen gibt es die Tickets jetzt auf danielwollson.de. Und da gibt es auch die Tickets allgemein zu meinen anderen nächsten Terminen. Und es sind neue Städte dazugekommen. Dresden wurde die ganze Zeit nachgefragt. Dresden ist jetzt da, ist jetzt in the club. Und weitere Städte auch im September, November, Oktober gibt es sehr viele Termine. Ich bin da unterwegs und die Shows sind gerade nice. Macht voll viel Spaß. Ich war jetzt gerade in Bremen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das war mega. Shoutout an Bremen. Genau. Ich freue mich, euch da zu sehen, weil es, wie gesagt, immer special ist, wenn da Leute vom Podcast kommen. Holt euch die Tickets am besten jetzt. danielwolfson.de, damit ihr es nicht verpasst und ich mir keine Sorgen machen muss. Perfekt. Und, genau. Fuck, genau. Ja, ich wollte aber jetzt noch gerade überleiten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das MeToo-Karma hat nochmal zugeschlagen. Ja, wie kann man das nicht mitbekommen haben? Silvio Bellasconi ist tot. Achso, ja, das habe ich auch mitbekommen. Der ist tot? Ja, wirklich. Also, das ist so langsam, so langsam ist sexuelle Belästigung, Nötigung und so, wird, wird, äh, ja. Es wird ganz lang so rausgecancelt. Ja, wird so, verliert seine Protagonisten immer mehr. Also, ähm, genau. Er ist heute, ist er heute gestorben oder gestern Nacht? Ich habe es irgendwie, äh, vorhin einfach so bei Spiegel Online Refreshen gesehen. Ähm, er ist einfach echt tot. Aber er war doch bis zum Schluss, das ist so ein Irrer, der hat ja bis zum Schluss versucht, Karriere zu machen. Also, der war nie in Rente. Also, der war entweder 100 Prozent einfach weiter, 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 oder er ist auf der Intensivstation. So, das ist einfach so ein Psycho. Ähm, ich glaube, das ist echt so ein... Ja. Ich werde jetzt noch gestorben, während er gebumst hat da, so mit, keine Ahnung. Ja, ich... Nee, ohne Scheiße, ich hatte ja auch sofort so einen dummen Gedanken, dass er an so einem Blowjob im Endeffekt stirbt. Also, dass er wirklich so gegen Ende so, äh, so eine Bestie. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich, ähm, ich fühle mich da auch gar nicht verpflichtet. Es gibt ja immer diese, diese, diese unnötige Regel, dass man über Tote nichts Schlechtes sagen soll. Oder ist das irgendwie so, hä? Äh, aber, aber, also, so, das, also, gibt's ja so. Das hat so einen Anstand, auch so bei Journalisten, dass man jetzt nicht sofort, ja, am Todestag noch oder in den Tagen danach. Und da soll man irgendwie versuchen, noch so nette Worte zu finden und so. Äh, aber ich, wir müssen hier die Pansteins drucken. Genau, und außerdem, und außerdem sehe ich es auch gar nicht ein bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen oder Politikern oder so. Das war, ich glaube, das war mit einer der schlimmsten Sachen, die in Italien passiert sind, dieser Typ. Also, ich glaube, der hat wirklich, das ist einfach so ein, der hat einfach das Land ausgesaugt und, äh, und ist krass zurückgeworfen und einfach, ähm, es gibt einen richtig coolen Film. Aber er hat anscheinend gute Partys geschmissen, ey, vielleicht ist das ganze Geld da reingegangen. Ja, ich glaube, also, ich glaube, das ist so, wenn man mit ihm unterwegs war und feiern war, konnte man wahrscheinlich so die, die Zeit seines Lebens haben. Ja. So, also, ich glaube, so und dann, ähm, aber wenn man nicht auf der Party ist, ähm, ist es, es ist ungeil. Aber tatsächlich gute, gute Überleitung zum, zum Thema der Woche oder der letzten zwei Wochen. Ey, hast du dir auch gedacht, also, dass ich mir so dachte, ey, krass, wie geil, wie erleichtert muss jetzt gerade Till Schweiger sein? Einfach, das ist einfach so, oh, also, da ist einfach jemand mit meinem Vornamen, der noch größere Scheiße baut. Ja, und weißt du, was witzig ist? Ja. Äh, wir waren ja bei der Till Reiner's Happy Hour. Genau. Wir waren in einer unterschiedlichen Show. Ja. Äh, äh, also, zwei Shows wurden an einem Tag auch gezeichnet. Und, ähm, ich hatte da, weil da war gerade dieser Till Schweiger-Skandal frisch, das allererste, was ich gesagt habe, war, ey, freu mich heute hier zu sein, Till Reiner's Happy Hour, endlich mal ein Till, äh, der nicht problematisch ist. Ja. So was in der Art. Ach, hast du in deinem Set gesagt? Habe ich in meinem Set direkt am Anfang gesagt. Ah, okay. Okay. Das haben die, äh, rausgeschnitten, was ich, was ich irgendwo verstehe, aber was ich auch gleichzeitig schade finde, weil drei Wochen später hat der Joke noch eine neue Ebene. Also, er ist richtig gut gereift, dieser Joke. Das ist so selten, das ist so selten. Das ist so selten, das ist einfach noch ein neuer Till dazugekommen, ist schon witzig, also, das ist schon crazy. Also, es wird krasser Zufall, ey. Ey, das ist so krass. Und, also, das muss ja, das muss ja, ähm, ich war, ich, ähm, Till hat dann auch nochmal den Joke gemacht. Ich war jetzt bei der, äh, auch nochmal bei der Happy Hour. Das war, ähm, äh, werdet ihr dann sehen und so, ähm, die, äh, Sommer XXL-Ausgabe, das war jetzt von einer Woche oder so, war die Aufzeichnung, kommt noch alles. Ähm, und da hat Till auch den Joke gemacht, so quasi, last Till standing. Also, so, dass er gerade so wirklich so der letzte Till ist, der gerade noch so, ähm, ja, es ist, es ist irgendwie krass und, also, ich hätte irgendwie, also, ich, es muss ja wirklich, also, ich, es ist irgendwie so ein Joke, aber ich muss mir ja wirklich denken, weil Till Schweiger war echt gut in den Schlagzeilen und alle hatten ihn so auf dem Kieker und er hat diese Leute wohl, ich hab mich gar nicht so sehr damit beschäftigt, ähm, er hat die Leute wohl angeschrien am Set, war einfach krass unangenehm und da geht's auch um Machtmissbrauch und einfach so eine toxische, schlimme Stimmung, so, aber ich glaube, da war, soweit ich weiß, nichts Sexuelles, also darum ging's gar nicht, sondern einfach nur Leute runterzumachen. Ja, doch, es gab auch, äh, eine sexuelle, äh, sagen wir mal Ebene. Ah, okay. Er hat dann so, Schauspielerinnen hat er dann irgendwie oben ohne oder nackt, äh, Szenen drehen lassen, die aber so FSK-12 sind, also, diese Szene hätte theoretisch auch gar nicht reinkommen können, überhaupt. Achso, einfach nur so, ja, komm, einfach fürs Backup, also komm, lass uns mal kurz drehen. Ja, das ist einfach so B-Roll, also wir schauen einfach mal, vielleicht können wir das irgendwie, vielleicht können wir diese Titel irgendwie verwenden, aber wahrscheinlich nicht. Ja, ansonsten hab ich die Aufnahmen, ja, ich hab die Aufnahmen dann einfach zu Hause bei mir im Studio, so, also, ähm, ja, lieber, lieber haben als brauchen. Ja. Das ist die Herangehensweise. Ja, okay, gut, das wusste ich gar nicht, ähm, aber dann kommt dann einfach paar Wochen später, dieser nächste Till und es ist einfach nochmal so was ganz anderes und es ist so, es ist so krass. Und ich muss sagen, ja, ich geb mir jetzt quasi ein bisschen, bisschen die Blöße, weil das zeigt auch ein bisschen, wie dumm man manchmal reflexhaft denkt, ja. Als ich das so zuerst gehört hab, weil es wurde ja gar nicht, also zu dem Zeitpunkt und ich glaube sogar auf eine Art, also immer noch nicht, von Vergewaltigung gesprochen, sondern es war einfach nur so, ja, da waren so Groupies, da waren so Mädels, die hatten dann so Sex mit ihm und irgendwie war das ein bisschen, bisschen, bisschen unangenehm und dann war ich so, hm, ja, okay, also so, ja, das ist jetzt nicht so richtiger Zwang gewesen, also ich verstehe gerade gar nicht genau, ob, also ist es jetzt so krass, was ist da überhaupt passiert? So, und dann hab ich aber, dann hab ich mir das angeschaut, weil, weil, ich meine jetzt so die Ebene von jemandem, der nur Schlagzeilen sieht, ja, also ich bin, wir haben ja hier auf dem Podcasten ja oft, ja, unsere Informationsgrundlage einfach irgendeine Schlagzeile und einfach gar nichts gelesen, nichts weiter informiert. Und dann hab ich mir das Video angeschaut von dieser, äh, warte, Kyla Scheichs und ich hab's mir komplett gegeben und, und ich muss sagen, ich hab das selten, ich hab das wirklich auf eine Art selten, dass, als es so zu Ende war, war so meine erste Reaktion einfach so oder auch währenddessen, yo, also ich, also das ist genau so passiert, ich glaub das komplett, also ich, ich glaub das so richtig und auch mit den, auch, auch die Details, weiß, also die Art und Weise, ich find das, ja, das ist auch wirklich dokumentiert, weil die Mädels ja auch dazwischen und, ähm, also irgendwie, oder danach auch miteinander geschrieben haben. Ja. Und es wäre ja total irre, wenn man sich das danach ausdenkt, so einen authentischen Chat mit seiner Freundin zu haben, sich auszutauschen, was da eigentlich passiert ist und dann auch noch die Mädels, die dann ja auch irgendwie vor Ort waren und einige waren ja irgendwie wie fast betäubt oder benebelt oder denen wurde dann irgendwie plötzlich schlecht und, äh, ich, ich, ich hab wirklich, also ich muss, also genau, erst mal einfach die Beweislage, ja, also dass man, dass einfach so viele, es gibt einfach Zeugen, also du kannst ja nicht sagen, ja gut, aber die haben kein Video oder die haben kein Foto oder die, ja, denen wurden ja die Handys weggenommen, so. Und es gibt einfach so viele Zeugen, aber ich muss auch wirklich sagen, wie sie es erzählt hat und, und mit den Details und so, ich, äh, ich fand das so voll überzeugt, also ich war so wirklich so, ich glaub das voll und ich find's, ich find's immer noch, man ist ja manchmal dabei, ja, äh, hier irgendwie irgendwelche Woken, die wieder, wieder mit irgendwas kommen und das ist ja mittlerweile auch schon Mode geworden. Ja, es, ja, es gibt so Leute, also es gibt so manchmal diese, diese Sache, so, ja, jetzt wollen die hier, äh, diese Sophia Tomala, die, glaub ich, echt unangenehm ist, hat ja sofort irgendwie so reagiert und meint so, ja, die wollen irgendwie Fame oder irgendwie sowas, aber ich fand das wirklich, obwohl man. Ja, außer, was ist das für ein Fame? Ja, ja. Also, daraus kannst du auch keine Karriere machen. Also, wo ist Monika Lewinsky jetzt? Das ist so von so einem 60-Jährigen gebumst worden. Ja. Ja, genau. Also, kein Spaß, aber verstehst du, also, ich meine, also, du wirst nicht mehr, du wirst über einen Blowjob nicht bekannter als sie und was macht sie, also, die ist jetzt nicht, die hat jetzt nicht einen Stern beim Walk of Fame oder so bekommen. Ja, sie hat einfach zugenommen. Sie hat einfach nur zugenommen dann auch. Ja, und auch, ja, genau, also, das kannst du nicht monetarisieren, also, und zum Beispiel Kyla Scheichs oder so, also, hat ja auch da nicht Werbung zwischengeschaltet, dieses Video hat jetzt fünf Millionen, äh, Aufrufe, sie hat das so richtig, ähm, sie hat viel Geld liegen lassen. Ja, quasi ihre Haut, äh, ja, ihre Haut aufs Spiel gesetzt. Ja, wirklich. Also, das ist auch wirklich mutig, deswegen, äh, Props, ja, Props an sie und alle anderen, die gerade damit rauskommen und, äh, ja. Aber warte, das wollte ich ja gerade, also, genau das, dass ich, dass ich mir, dass ich wirklich, weil man ja gerade in den MeToo-Zeiten lebt, ja, und man dann immer noch, also manchmal denken Leute, glaube ich, immer noch, ja, okay, also, mittlerweile ist es ja vielleicht sogar einfach, damit rauszukommen, weil die Presse und die Gesellschaft, die warten nur drauf, ja, den Nächsten hier zu Fall zu bringen und das ist voll, aber es ist immer noch, ich glaube, das ist voll, ultra schwer und, und, und deswegen, also wirklich, ich hatte voll, währenddessen, ey, wirklich so krass Respekt, wie sie es gemacht hat, dass sie es so gesagt hat und ich glaube auch, dass sie damit wirklich was riskiert, innerhalb des Geschäfts. Nicht jetzt so, dass sie so Likes kriegt, aber was die Leute, glaube ich, vergessen ist, so, das kriegt dann eine Aufmerksamkeit und vielleicht für die breite Öffentlichkeit vergisst man den Namen, vergisst sie, dann hat man es einmal gesehen, fand es gut, aber die Leute leben dann innerhalb des Geschäfts weiter mit eventuell negativen Konsequenzen, dass sie dann so, keine Ahnung, gebranntmarkt werden als schwierige Person, irgendwie kein Management finden oder was auch immer, Leute dann nicht mit denen zusammenarbeiten wollen und das einfach so sich gemerkt wird, so, ja, das ist so eine, die macht Probleme oder die labert dann oder so, so, wir feiern die jetzt kurz auch öffentlich, so, aber danach, ähm, jo, äh, kein Bock auf so eine, äh, deswegen, also, ich fand's, ich fand's wirklich, äh, ich fand's wirklich krass und voll gut erzählt und diese Details und so, ich, ich konnte mir jeden Scheiß genauso vorstellen, ich war so, ja, natürlich, diese Russin, natürlich ist dann der Gesichtsausdruck und genau so hat sie es gesagt, also ich war so wirklich so, ich war wirklich wie so eine schwarze Frau, die so Preach, Preach reinruft, Alter, äh, währenddessen. Ja, ähm, ja, ja, ich hab's auch, ich hab's auch, ähm, mitbekommen und witzigerweise meine Reaktion war irgendwie anders, weil ich hätte gar nicht, äh, daran gedacht, nicht weil ich irgendwie ein guter Mensch bin oder so, sondern einfach nur, weil, äh, diese ganzen, äh, Geschichten passen perfekt zu seiner Erscheinung, das ist wirklich sein Gesicht, also ich finde, ich hab all dem sofort geglaubt und der ist ein, äh, wenn er sozusagen, wenn es jetzt nicht strafrechtlich relevant war, was er da gemacht hat. Ist es, glaube ich, aber. Ja, genau, also sollte das sogar der Fall sein, falls es nicht, dann ist es sowieso einfach nur ekelhaft, also es, keine, diese Möglichkeit, diese quasi, äh, Backstage-Partys und Groupies, all das, ja, okay, hier geschenkt, aber ab irgendwann, so bist du ein 60-Jähriger da irgendwie, vielleicht, äh, 18-Jährige oder sogar noch da drunter bangst und es gibt ja auch diese Story, irgendwie, das finde ich auch so pervers und das zeigt auch, dass es irgendwie so was, ähm, Krankes ist, was über, also den reinen Sex-Pleasure hinausgeht, dass es irgendwie was so, äh, mit Macht oder so vielleicht zu tun hat oder so, aber anscheinend lässt er sich ja während des Songs, äh, Deutschland, das ist irgendwie ein Remix von dem Song Deutschland, lässt er sich auf der Bühne einblasen. Nein, nicht auf der Bühne. Nein, währenddessen ist, nein, aber unter der Bühne oder was auch immer, zwischen, zwischen seinen Sets und dann hört er dieses, diesen Deutschland-Song, also ey, da wird mir wirklich richtig schlecht, also da wird mir so, ey, das ist, äh, was ist das denn? Also das ist wirklich, und außerdem, ich muss wirklich sagen, ich hasse auch langsam diese Bands, die so ein bisschen damit spielen, so, ja, wir sind, äh, also die spielen immer so wieder mit so rechten Elementen, okay? Mhm, ja. Und ganz ehrlich, ich kenne Rammstein, seitdem ich ein Kind bin, einfach so über MTV und da lief damals ja der Song Mutter, erinnerst du dich an? Nee, ich kenne die aber auch. Das war so mit diesen sieben Zwergen. Ah, stimmt. Und es war so eklig und ich war schon als Kind davon angeekelt, wirklich so angewidert, absolut, ich hab's gehasst, also es hat in mir irgendwie was ausgelöst, dass ich sie bis heute einfach nicht ausstehen kann, also die Musik ist eh, keine Frage, gar kein, also absolut nicht mein Fall. Anscheinend, äh, naja, es ist ja so. Das ist wirklich so eine Musik, wo man sich schon als Kind, wo man als Kind eine Reaktion hatte, die eigentlich so Opas und Omas haben, so, das ist Lärm, das ist auch einfach nur Lärm, mach den Lärm aus. Sorry, ich hab's gehasst, alles daran, ich, äh, ja, es ist einfach, äh, ja, es ist einfach und ich find's witzig, so quasi, das ist so der größte MeToo-Skandal, äh, so scheint es zumindest zu sein, äh, bis heute, so in der deutschen Geschichte. Musik, oder? In der deutschen, ach so, stimmt, oder? Ja, oder? Also einfach. Gab jetzt hier nichts krasses mit Filmen. Es gab, glaub ich, irgendwas mit irgendwelchen Theaterregisseuren und. Aber das könnte ja auch weltweit einer der größten werden. Ähm, also. Ja. Ach so, das scheint ja so, äh, äh. Ach so, stimmt. Ähm, Züge anzunehmen, weil das ja so gut organisiert war und es gab anscheinend, es gibt nicht nur eine Frau, sondern es gibt irgendwie mehrere, die es für ihn immer wieder organisiert haben, gecastet haben und das ist auch natürlich sozusagen pervers, weil ab irgendwann, ähm, kann er ja auch die Verantwortung immer wieder abgeben, so, ja, nee, ich hab das nicht gemacht, die haben das für mich organisiert, Alter, die haben die angesehen, die haben das gemacht. Ja, er kann das, er kann das, er hat den Finger gar nicht schmutzig gemacht, ey, also. Naja, nur den Schwanz, ähm, er kann, er kann den, er kann den, äh, Mohammed bin Salman machen, der dann auch so, hä, was, hä, hä, ihr habt Khashoggi umgebracht? Nee, da sind aber, du weißt du, die haben aber auf eigene Faust gehandelt, nee, was, es geht ja gar nicht. Ich glaub ich, ähm, die kommen jetzt für zwei Monate in den Knast, die, die werden mal richtig, das, das, das dullen wir hier nicht, das geht, das machen wir nicht. Aber ist schon witzig, es ist der Größte, also ist das witzig, wenn man darin was Witziges finden möchte, dann ist es, ähm, es ist der größte deutsche MeToo-Skandal bis jetzt, es könnte einer der Größten vielleicht weltweit werden sogar, und trotzdem ist, äh, der, der, das Böse ist dann auch irgendwie in der Russen. Ja, ich wollte, ich wollte, wie in so einem James-Bond-Film, also der, der gegen den kämpft, gegen den, aber am Ende dreht sich dann so im Sessel so ein Russe um, also quasi, am Ende ist es durch diese russische Assistentin. Ja, ja, voll. Aber, aber es ist interessant, diese Dynamik, die gibt es anscheinend immer wieder, ähm, dass es, ähm, so Frauen gibt, die das irgendwie auf so eine kranke Art und Weise erfüllt, diese Macht über andere Frauen zu haben, und die dann diesem Guru, also so eine Guru-ähnliche Dynamik zu dienen, mit diesen neuen Frauen, mit diesen quasi Jungfrauen. Das war bei Ghislaine Maxwell, ähm, mit Epstein, äh, ich weiß nicht, hast du diese Doku geschaut auf Netflix, Wild Wild Country? Äh, ich muss sagen, ich hab die erste Folge gesehen, und da hatte ich auch so, also, die ist wirklich sehr, sehr gut, also, wirklich, ja, ich fand die absolut mitreißend, und, äh, also, krasse, unerwartete Wende. Nee, ich fand's, ich fand's einfach so, so eklig, unangenehm, dass ich mir dachte, oh, nee, ey, das will ich mir jetzt nicht viel, also, ich weiß nicht, wie viele Folgen, ich dachte mir, so, mein Mann, der Typ ist einfach ein Vergewaltiger und hat Minderjährige Bums, so. Genau, aber da geht's genau in die Richtung. Also, auch wieder mit einer Frau, die dann das für den Mann irgendwie so klärt. Ja, aber es ist, glaube ich, echt so eine, so eine Dynamik, weil es auch natürlich auch funktional ist, es ist ja, ähm, sie ist ja quasi so ein richtig heftiger Verräter an Frauen, weil natürlich als Frau vertraust du einer anderen Frau bei sowas nochmal eher, so vielleicht instinktiv, so, oh, die gibt mir Sicherheit, die macht das so nett, lädt mich ein, da ist ja noch eine andere Frau dabei, die scheint auch nett zu sein, du wirst ja nicht von so einem Bro angesprochen, also, das ist ja, das macht das ja nochmal so perfide. Absolut perfide, ja, genau, ich wollte es auch gerade sagen, weil, ähm, du schaffst genau dieses Vertrauensverhältnis, weil du denkst dir, ja, als Frau würde sie das verstehen und all das und wie das dir Keiler beschrieben hat, war das ja auch so eine, wie so eine mütterliche Art auch fast schon, ja, hey, habt ihr alles, äh, so eine, so eine kranke Mutter, die sich so schlecht sorgt, habt ihr das Koks? Ja, also, ihr geht es nicht gut, ja. Habt ihr genug Koks? Packt ihr nochmal genug Koks ein? Nicht, dass ihr kalt wird. Ähm, und, ja, ich hoffe, die werden richtig verknackt. Ich hoffe, die werden richtig verknackt. Ich auch, ich auch. Also, nicht einfach nur so, weil, weil ich glaube, die Fans, ich glaube, wenn du über Jahre so eine Beziehung aufgebaut hast, die meisten, aller, allermeisten Fans halten zu ihnen, die machen dann auch so eine dumme, treue Loyalitätsscheiße draus, das passiert immer, so, jetzt erst recht, wir, die warmen Leute, so, so, oh, ne, fickt euch doch. Da wurden die Fans vor dem Olympiastadion in München, da haben die ja vier Tage lang am Stück gespielt, das ist so beliebt, das hätte ich übrigens selbst nicht gedacht, also, das war für mich, die sind so, die sind mit Abstand die erfolgreichste deutsche Live-Band und auch international einer der größten, also, die sind live, wohl, die geben sich auch viel Mühe, so, das klingt jetzt so alles so witzig im Nachhinein, die geben sie, aber die haben halt eine krasse Bühnenshow und so und das wird halt so live voll, ist voll das Erlebnis wohl, das so anzugehen. Ja, aber Fans wurden vor den Konzerten immer wieder so interviewt, ich habe das da gesehen und auch von der Süddeutschen irgendwie so und die haben genau das gesagt, so, ja, das sind jetzt erstmal nur Anschuldigungen, wir sind hier wegen der Musik und nicht wegen Till und all das. Also, ganz ehrlich, ich müsste sagen. Nicht wegen der Blowjobs. Ja, genau, also nicht, weil wir sie nicht sehen, aber, äh, also, ich weiß nicht, wenn ich Fan bin, also jetzt auch so, nehmen wir an, es kommt jetzt über Kendrick raus, nur diese Anschuldigungen, aber so gut belegt und, äh, dass Leute sich auch wirklich trauen, ihr Gesicht dann zu den Anschuldigungen zu zeigen und dann so bekannte Menschen, die wirklich auch was zu verlieren haben und all das und so irgendwie, das ist so gut dokumentiert, jo, ich hätte auf jeden Fall ein komisches Gefühl, also, ich würde nicht hingehen wahrscheinlich, also, ich fände es voll strange, also, ja. Es ist, es ist ja auch, es ist ja auch so dieses Ding von, ich finde, was Kunst, es ist halt so beides, ja, es gibt die Kunstfreiheit und was, was das Coole auf eine Art an Kunst ist, theoretisch, du kannst irgendwie deine dunkle Seite, deine, 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 ja, asozialen Gedanken, die vielleicht alle Menschen haben, die natürlich sind, ähm, rauslassen, verarbeiten und, und irgendwie was Gutes draus machen oder so, aber zum Beispiel, wenn wir auf der Bühne sind, die Sachen, die wir sagen, wir denken ja manchmal gar nicht mehr so dran, manchmal so zu sagen, wie edgy das eigentlich gerade ist, aber so würden wir ja nie, also privat jemanden, also vor allen Dingen, wenn man nicht kennt, also so, man ist schon, man ist schon die, die, in Anführungsstrichen freiere Version von, von sich selber, die etwas asozialere oder was, die so, die so, die, die das einfach befreit macht und ich glaube, bei, bei Rammstein ist es auch irgendwie so das Ding, ja, die haben dieses düstere, diese ekligen Sachen und dann ist eigentlich so, finde ich, der, der Vertrag auf eine Art oder das, das, was man so mitgeht, denkt, ja, die leben das halt so aus, die lassen das hier raus, aber gerade, weil sie das tun, sind sie privat gar nicht so, also dann, dann, also dann, so, dann, dann, dann ist das hier alles eine Kunstfigur, dann wird das irgendwie so verarbeitet und, und vielleicht, das habe ich schon öfters gehört über so Metal-Rocker und so Rocker, dass sie so voll nett sind und so voll, voll die lieben Leute oder so, also, ähm, und da ist einfach das Ding so, nee, die sind genau den anderen Weg gegangen, der auch möglich ist, dass sie dann einfach, das war eigentlich ziemlich ehrlich gemeint, also wörtlich, also es kann ja ehrlich gemeint sein, aber das war wirklich so, ach, nee, der hat einen Song darüber, wie er eine Frau betäubt und sie bewusstlos dann bummst. Ja, das ist ein Gedicht anscheinend. Also, das ist gar kein Gedicht mehr, das ist ja wirklich einfach ein, das ist ein Journaling. Ja, genau. Das ist ja einfach nur ein, das ist ja einfach nur ein Teil. Ja, der Verlag hat sich auch von ihm getrennt und distanziert sich und so. Und, äh, es ist dann auch, also, äh, der hat ja auch irgendwie so eine Art Porno gedreht. Also, es ist ein Typ. Ah, ja, genau. Ja, also, es ist, also man kann ihn sich leider auch bumsen anschauen, also, das kann man sich geben. Ja, ja, und ich glaube, der will das auch. Er will das. Ja, es fallen sich ganzen Puzzlestücke zusammen und man denkt sich, ja, also du. Nee, das war echt so gemeint, dass ihr seid, ihr seid ja wirklich genau das. Du bist einfach ein kranker Perverser. Ja. Und das Ding ist, guck mal, das Ding ist, dafür gibt es ja auch den Raum und es kann ja auch alle sozusagen consensual sein. Ja, ja, voll. Also, es gibt Leute, die auf diese Fetisch-Partys stehen und irgendwie so und dann irgendwie dominiert werden wollen und all das. Das Problem ist bloß, wenn du dann plötzlich diese, also, zu jungen Mädels nimmst, die unter 18 sind, da wird es schon strafrechtlich relevant. Ja, die auch schon acht, also, ne. Und wenn das dann Vergewaltigungsvorwürfe gibt, also das ist so, yo, also, stop it. Und außerdem, so oder so, sobald man hört, dass jemand so ein System hat, um sich zu befriedigen zu lassen, ist das ein Problem. Ja. Also, da kann man ja auch nicht mehr sagen, so, ja, Digga, Props, cool. Ey, nee, also. Rockstar. Digga, nein, du hast WhatsApp-Gruppen. Das ist die deutschste Art, irgendwie Groupies zu bangen. Also, ja, du hast, du hast, du hast Mails, du hast Mail-Verläufe, du hast Excel-Tabellen. Ja. Ihr habt Excel-Tabellen angelegt, um hier, um 19-Jährige zu bumsen. Also, ähm, ich hab dann auch in so einem Artikel gesehen, ja, ich, ich, ich vermute jetzt einfach mal, ne, komplette Spekulation, dass die schon längst natürlich irgendwie so eine krasse Beratungsfirma haben, ähm, PR-Beratung. Ja, haben die, die haben die, die haben die, äh, Rechtsanwaltskanzlei genommen, die auch Luke, äh, vertreten haben. Ah, okay, ja, geil. Die konnten sich da so warm machen für diesen Fall. Ähm, und, und dass das dann schon losgeht, ja, in der, äh, in der PR-Arbeit, geht's auch natürlich ganz viel darum, nicht nur den Gerechtsprozess oder so, sondern, also bei, bei Anwälten, sondern überhaupt das Bild in der Öffentlichkeit und die Schlacht in der Öffentlichkeit und so. Und dann hab ich so einen Artikel gelesen, wo dann quasi, ja, der Journalist mit einer Quelle aus dem, aus der Gruppe geredet hat, ja, mit jemandem, der denen nahe steht, der quasi aus der Gruppe berichtet hat. Und es war so ein Müll, das waren dann einfach so Sätze so, damit man so anfängt, jetzt schon Empathie mit denen zu haben, also so, was bei denen gerade los ist. Weil der hatte so geschrieben, ja, das sind einfach, das war wirklich das Zitat von jemandem aus dem inneren Kreis, da sind einfach sechs Jungs, für die gerade eine Welt zusammenbricht. Sechs Jungs? Der Typ ist 60? Das sind Millionäre. Und ja, ey, das ist eine Welt, das wäre echt gut, wenn die zusammenbricht. Also nicht jede Welt muss existieren. Also es ist, als würde man, als wäre man so, äh, im Führerbunker von Hitler, ja, und man ist so, ey, da sind hier einfach nur 50 Jungs, also für die gerade eine Welt zusammenbricht. Also das geht ja jetzt gerade echt zu Ende. Die so ein kleines Projekt gestartet haben. Ja, so, die wollten doch einfach nur die ganze Welt einnehmen und so und irgendwie Völker auslöschen, aber du, ey, versetz dich doch mal in Hitlers Lage, so im Mai, ist doch richtig unangenehm gerade. Also da kann man doch schon auch mal, so, ey, so läuft es nicht, so läuft es einfach nicht. Du kannst nicht jetzt Empathie kriegen, ja, also das, also absolut Täter. Also das ist so, äh. Ich glaube, am Ende könnte Till Lindemann wirklich, äh, der Eichmann der MeToo, des MeToo-Skandals werden, weißt du, was ich meine? Das ist alles zu gut, äh, organisiert gewesen. Und genau diese Bürokratie dahinter, äh, kann den auch so vollbringen. Dass er dann so sagt, ich hab nur Befehle angenommen. Ja, ich hab, ich hab einfach nur, hä, ich hab einfach nur gesagt, was mir gesagt wird. Naja, er ist ja der Hitler. Also sie ist der Eichmann, also okay, jetzt, jetzt verirrt man sich in diese, in die, in irgendwelche Hitler-Vergleiche. Ähm, aber, äh, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, also würde ich echt sagen, weil das ist so eine Story, die so, äh, gar nichts mehr mit so, ich finde, das hat auch gar nichts mit Groupietum zu tun. Also Groupietum, so in meiner Vorstellung, ja, so bei Rockstars, wäre es, wenn es eine Aftershow-Party gibt und da ist einfach eine normale Party, also die Party, die sie auch beschrieben hat, die dann einfach da unten ist und da sind dann Frauen, die, warum auch immer, ja, die jetzt nicht professionell angesprochen wurden, sondern die dann da sind und der Typ ist auch da und dann kommt man vielleicht so ins Gespräch und die finden ihn dann, weil er dann auch nicht 60 und so eklig ist, so, die kommen dann so ins Gespräch und es gibt ja viele Frauen, die sozusagen absolut bereit sind, ähm, mit einem Rockstar zu schlafen, einfach so auf so einer normalen Ebene. Also das, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht so Groupiet-Ding, das ist so, sondern so, was er gemacht hat, ist so eine Art, so Prostitutions-, also so ein komisches, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, so, so, als hätte er so einen Straßenstrich da unten einfach organisiert. Also, das ist ja gar nicht so, man ist auf einer Aftershow-Party und, und lernt dann diesen Rockstar kennen und der ist dann cool und dann geht man mit ihm aufs Hotelzimmer. Also hat sich keiner der, keine Art, hat sich keiner der Bandmitglieder gefragt, wo Till die ganze Zeit auf der Party bleibt, also jedes Mal auch, also jedes Mal ist er so, ey, krass, Till ist schon wieder nicht da, so, was macht der, ach, er hat seine eigene kleine Party? Hey, ich weiß nicht, dass es erlaubt ist, seine eigene kleine Party auf der großen Party zu haben, warum haben wir nicht auch eine eigene Party? Achso, okay. Ja, wir wollen, seit 20 Jahren waren wir nicht mehr feiern, immer ist er weg bei den, bei der Aftershow-Party, warum, wo ist er, wo ist er, wenn Deutschland läuft? Hä? Also ich sehe den nie, hast du ihn schon mal gesehen bei dem Lied? Also irgendwann war er weg? Ich dachte immer, er zieht sich um, aber ja, komm, dann mal wieder mit dem Gleichen raus. Ja. So, weil. Bisschen erleichtert aus. Ja, aber er macht sich immer die Hose zu. Ja, und im Endeffekt ist es so, dass dann irgendwie sieben, äh, so Junge Mädels da sitzen und irgendwie auch keine ausgelassene Stimmung und die warten dann auf Till oder denen wird dann gesagt so, hey, wartet bis Till kommt und er sucht sich Ey, es sieht mir wie so die Hölle vor, also wie die Hölle. Ey, und im Endeffekt, genau, und dann ist er in der Mitte so, wie auf so einer schlechten Party, bloß statt so trockenen Flips, ist da so Koks, so mit so, mit so, mit so. Ey, auch so. Mit so Wodka, Wodka-E oder keine Ahnung, und sitzt einfach so da und denkst dir, was, jetzt kommt gleich dieser 60-Jährige hier rein und sucht sich einer von uns, what the fuck? Also, es ist auch so eine Stimmung wie beim Arbeitsamt, wo jeder so hochguckt mit seiner Nummer, ob man gleich dran ist, so, scheiß, komm ich. 107b, warte mal, haben die jetzt schon, ah, ich bin bei der 107, aber, ah, okay, die haben jetzt auch Buchstaben dran, okay, fuck. Oh Gott. Ja, es ist wirklich so, als wäre man so schla... Also, das ist ja... Es muss ja auch laut gewesen sein da, also, es ist ja immer noch im Stadion, bekommst diese Musik mit, dann läuft es wahrscheinlich... Achso, naja, wobei, das ist ja jetzt die After-Party, okay, ja, schon. Ah, ja, fackerts, das ist ja schon die After-Party. Ich habe nicht so oft darf. Ja, crazy, ey, ich bin echt gespannt, was da rauskommt, ich bin auch kurz davor, mir diese Spiegel-Ausgabe zu kaufen, ich finde das... Ey, ich auch. Ich finde, das Cover sieht krass aus. Ja, ich wollte mir die holen, ja, einfach nur, du willst deine Fresse, du willst deine Fresse in deiner Wohnung haben, einfach so damit, das... Boah, nee, das möchte ich mir echt nicht haben. Dieses, dieses Gesicht... Also, es gibt echt fast kaum jemanden, ich weiß nicht, ob es auch immer wieder an seinem halben Blackface-Make-up liegt, aber ich habe diese Fresse wirklich jetzt schon satt gesehen, also, ich kann, ich finde, der löst in mir wirklich was aus, also, das, 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 ja, in dieser Form ist es wirklich extrem, also, ich muss, ich muss mich fast instant übergeben, das ist einfach, ich, ich habe heute etwas gesehen, was mich zu etwas Ähnlichem gebracht hat, zu einer Reaktion, aber da hat ein Typ so zu, also, das war extrem dünne Waden, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, ich fand es so eklig. Aber es war wirklich einfach, wir sind gleich schlimm. Ja. Es ist nicht gleich schlimm, aber komischerweise. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es für so Leute, die jetzt so Cover und so Bilder dazu suchen wollen, zu so Till Lindemann, äh, Sexual, äh, wie nennt man das, Perpetrator? Predator? Ja. Ähm, es war, glaube ich, bei keinem MeToo-Fall so einfach, äh, eklige, abschreckende Bilder, so monsterhafte Bilder von jemandem zu finden. So, ah, okay, das sind ja einfach, wir können ja einfach die offiziellen Bilder nehmen von denen, von deren Website und ihnen einfach zeigen und dann sagt man so, ja, ja, und das ist nicht nur Schminke, sondern der ist so, wirklich. Ja. Ah, okay, das ist ja eklig. Was ich doch vorhin sagen wollte, ist, also das ist auch eine Band, die damit so spielt, dass sie auch so ironisch rechts sind, aber sich dann trotzdem irgendwie als Links oder so geben, also ich, ich habe mich jetzt mit denen nicht so, äh, ausgiebig, äh, befasst, aber, ähm, das stößt mir immer übel auf, muss ich wirklich sagen, weil ich habe das Gefühl, für einige ist es eine Maske und das ist ein, ähm, ja, wie so eine Art. Ja, so ein Tool, ja. Tool, irgendwie wie so eine Art Ausrede. Ja, nee, wir, wir, wir zeigen euch einfach nur, was das hier für eine Macht hat, wenn man so, wenn man so, heil, bla, 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 anstimmt, wir zeigen euch das einfach, aber ich glaube, dahinter steckt dann auch so, nee, ich glaube, ihr findet das irgendwie auch geil, weil ich habe auch irgendwann das Gefühl so, aber nein, ich habe das Gefühl, ihr wollt ja noch vielleicht die Leute beeinflussen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich glaube oft ist so Ironie und irgendwelche Storys, die man drumherum erzählt, dann ist es so ein Gelaber, ja, also Rechte haben das ja allgemein, dass sie dann sagen, nee, das ist so nur ein Witz, ach, das habt ihr auch falsch verstanden, nee, das ist so, aber zu deren politischen Dingen, ähm, weiß ich gar nicht. Um das nochmal, weil ich mir gerade so kurz Gedanken gemacht habe, dass irgendwas, also, was ich gerade meinte mit den Groupies, ja, dass es nicht falsch verstanden wird, also so, äh, um das nochmal zu sagen, also, äh, ich, ich finde es sozusagen, ah, nee, fuck it, ich glaube, ich wurde, ich glaube, ich mache mir da einen Kopf, das, weil es, glaube ich, so eine, so eine sensible Sache ist, dass jetzt so, es gibt ja Leute, die dann in die Richtung gehen und sagen, ja, ey, viele von denen, also, ja, wollten das auch, oder es gibt ja auch Groupies und irgendwie so und, dass man, dass man in diese Richtung, nee, klar, leider gibt es echt viele Leute, die das sagen, aber, die dann, dass man in diese Richtung so, weißt du, so falsch verstanden wird, das ist ja, das zeigt ja auch, wie krank oder was für ein Machtding das ist, weil ich halt schon denke, dass wenn bei diesen Stars und so, natürlich gibt es Frauen, die interessiert sind und das, und das zeigt ja eigentlich sozusagen, wie krank es ist, weil die müssten das jetzt nicht so machen, also die könnten schon auf normale Art, in Anführungsstrichen, soweit es möglich ist, weil das ist ja der Star und so weiter, aber irgendwie auf Augenhöhe sozusagen Groupies haben, aber es, oder halt, wie die selber gesagt hat, diese Escorts bestellen, meinte sie ja selber, sie können, aber es ist dann einfach dieses kranke Machtding und diese Demütigung und dieses jemanden, einen anderen Menschen wie so ein Stück Tier zu behandeln, wie so, wie so, wie so Müll, so, dass, das, 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 das dann für ihn geil ist. Es geht gar nicht darum, dann eine Frau zu verführen, die irgendwie auch auf ihn steht, weil er dieser Rockstar ist und dann ist man auf einer Aftershow-Party, sondern es geht einfach darum, ich will dich ficken wie so, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so eine Ziege oder so, ich weiß gar nicht, ja, also das, das ist so, das ist diese krasse Hölle. Ja, okay, das ist schon witzig, dass du gerade als, als, als brauner Mensch, sage ich mal, halt, dass das dir als erstes gekommen ist, diese Assoziation, so, ja, also ich möchte dich ja verficken wie eine Ziege, das ist schon, ja, ich meine, weil das, weil das, weil das so ein, äh, äh, weil es entmenschlicht, weil es entmenschlicht, Bro, Bro, es entmenschlicht. Also darüber haben wir schon mal nachgedacht. Ja, nee, also eben, weil ich, ich habe mir gerade so gedacht, dass man jetzt so, weil es halt so ein sensibles Ding ist, dass man da jetzt nicht irgendwie so, 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 so hirnimäßig missverstanden wird, ähm, aber ich glaube, das ist so allen klar und ich glaube, das ist so das Ding, was Leute missverstehen, weil Leute so sind, hä, wieso Groupies, gehört das nicht dazu, sind die nicht, haben die nicht dann Groupies einfach und so? So, yo. Oh, ja, aber das geht ja alles schon auch über, das Ausmaß geht ja alles über Groupies hinaus. Ja, ja, das ist ein ganz anderes Thema, ja, das ist ein ganz anderes Thema als irgendein Typ, der, also hier ist nicht jemand, hier ist, hier ist kein Jäger, der so ein Reh so erlegt hat oder ein Elch und das dann gegrillt hat, das ist jemand, der hat so Napalm-Bomben so über die ganze Welt verteilt und dann diese Viecher eingesammelt. Viecher ist nicht unbedingt, Viecher ist nicht unbedingt, Viecher ist nicht unbedingt die beste Analogie, aber. Ich dachte auch übrigens nicht, dass du in Richtung Napalm gehst, sondern so Massentierhaltung, das ist ja einfach so ein Schlachtbetrieb, den er da unten eröffnet hat, äh, für Leute, die nicht wussten, dass sie geschlachtet werden, also das kommt ja auch nochmal, äh, weil ich glaube, war das nicht mal so, war das nicht mal, ich meine, du bist ziemlich sicher, über einen Rapper gehört zu haben, ähm, dass es so Storys gab, dass Frauen von jemand anderem für den Rapper bei Konzerten angesprochen wurden und es quasi auch sehr explizit gesagt wurde, hey, willst du mit ihm schlafen? Gibt es, gibt es, also, ich bin mir ziemlich sicher, genau, das ist, dass es das gibt, so, hey, der ist hinten so, ey, willst du mit ihm schlafen? Das ist ja auch nochmal was anderes, also so, ähm, ähm, also es ist auch voll eklig und unangenehm und das ist auch ein krankes System und wer weiß, da sind auch irgendwelche Mädels, die sind 19 und besoffen und, äh, so, ähm, und werden dann quasi ausgenutzt, aber es ist da nochmal, nochmal etwas anders, weil, weil, also, so wie das diese Keiler beschreibt, ist es ja einfach, die, die wussten ja noch gar nicht mal, worauf sie sich da einlassen. Es war einfach nur so, yo, willst du auf diese Party kommen, ist alles voll relaxed, so, ja, warum nicht, Alter, ja, ist doch cool, ist doch cool, auf eine Party zu gehen, also scheint, scheint interessant zu sein. Ähm, das ist auch interessant, weil jeder Typ würde sofort so skeptisch werden, wenn ihm irgendwie was so for free versprochen wird. Ja, junge Typen vor allen Dingen. Genau, nee, ja genau, junge Typen, also auch so, also ohne Status, einfach so, einfach so junge Männer, einfach so, ja, also einfach so, so Anfang 20. Du bist so Müll. Ja, bei echt, ja, ernsthaft, du bist Müll. Also, wenn die dann so angeschrieben werden, so willst du Tickets for free haben, man würde so 10.000 Mal so, soll ich mich verarschen, so, was ist das hier? Ja, was ist das für eine Scam-Seite, so. Was ist das für eine Scam-Seite, so, verpiss euch, so. Ja, aber, naja. Ja, interesting, ey. Ich bin gespannt, was da rauskommt, äh, ich, ich hoffe, dass die, äh, Wahrheit und die Gerechtigkeit siegt, äh, und, ähm, ja, bin echt gespannt, ich hoffe auch, dass die, äh, Anrechte sich schaffen, äh, die, die, die Opfer zum Schweigen zu bringen, so mit Druck, weil die üben das ja aus und sagen, hey, hier, das stimmt alles nicht und hört auf, hier unsere Mandanten zu beschmutzen und da, 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 und, äh, ja, ich hoffe, dass das, äh, da irgendwie rauskommt, ey, so, auch allgemein, ey, ganz, also, jetzt, ja, wie gesagt, es gibt eine Ebene, die, äh, strafrechtlich, äh, strafrechtlich relevant ist und eine, die ist, äh, einfach nur sozusagen so eklig, aber ich hoffe auch, dass sogar diese Eklige, dass sie dann in Zukunft irgendwie entweder weniger ist oder einfach viel besser kontrolliert, also, das, ja, es ist, es ist auch einfach so, einige Sachen sollten gar nicht auch auf eine Art legal sein, also, ähm, es ist ja auch, ähm, ich habe mit einem Kumpel, äh, gesprochen, der, also, der Anwalt ist und so und es geht ja auch in dem Moment, also deswegen auch die Story von diesem Rapper, ja, wo explizit gesagt wird, willst du mit ihm schlafen, auch sowas müsste eigentlich illegal sein, weil es in dem Moment, wo ein anderer das dann für dich macht und es eine Form von organisierter Struktur hat, ist es eigentlich auch Menschenhandel, also, das ist ja auf eine Art dann so quasi ein Teil des Jobs, auch wenn es nicht im Arbeitsvertrag feststeht, ja, ein Teil des Grundes, warum du diesen Angestellten hast, ist es für dich Sex zu organisieren, dann ist es irgendwo schon, egal wie freiwillig, das ist auch schon Menschenhandel, das geht dann in diese Richtung, also, eigentlich müssten all solche Sachen so, äh, ja, irgendwie, also illegal sein, also Leute müssen auch Angst haben, also sich strafbar zu machen und nicht einfach nur, dass es so unangenehm ist, so ein bisschen rufschädigend, ähm, ja, ich hoffe, die, ähm, die werden halt verknackt und nicht einfach nur, dass sie einfach so zwei Millionen bezahlen müssen, das ist so für die gar, also, das ist so, das spüren die gar nicht, das ist so, als würden wir hier einen Strafzettel kriegen. Ich vermute, dass es sogar jetzt erstmal einfach nur so weitergeht, die spielen ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie in Berlin schon gespielt haben. Ja, die sind auf Europatour. Ja, genau, die spielen einfach hier, so, einfach dann weitergeht. Letztes Jahr du und Kenan, dieses Jahr Rammstein, Europatour. Ähm, ja, interesting, ey. Ja, schauen wir mal, was, schauen wir mal, was kommt, aber okay, ey, wollen wir dann, ähm, wollen wir dann abrippen? Ja, ich glaube, ich glaube mit dem, äh, yes, wir können abrippen. Äh, Leute, ähm, hört den Podcast, wir sind nächste Woche wieder zurück, äh, ganz normal und, ähm, äh, checkt die Infos zu, äh, Daniels Solo und, ähm, äh, ja, bewertet den Podcast. Ja, folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt. Und dem Podcast und erzählt Leuten davon weiter. Äh, genau, das war's von uns, ähm, hat Spaß gemacht, äh, good to be back und haut rein, das war's von uns, ciao, ciao. Ciao.